Hallo zusammen, ich ist wieder heute La und heute für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg 9 mal klug und für dieses Achievement müssen wir folgendes machen. Besiegt die 9 im Sanktum der Herrschaft auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr einen Splitter des Schicksals aus mindestens 9 Fragmenten des Schicksals erschaffen habt. Wie funktioniert das jetzt genau? Ihr pullt den Boss einfach in der ersten Phase ganz normal, haut beide von diesen Valkyren runter und tötet diese dann auch. Sobald ihr in der zweiten Phase angelangt seid, wird es dann interessant. Denn hier ist es so, dass alle paar Sekunden immer 3 Spieler einen Frost-Debuff bekommen. Normalerweise ist es so, dass diese Spieler nach außen laufen, die Debuffs dispelled werden, bis es quasi auf einem Spieler drauf ist und sobald nur noch ein Debuff im Raid ist, wird dieser Debuff ausgelöst. Verschwindet dann von dem Spieler, es gibt so einen Frost-Stachel und die Mechanik ist erfolgreich gespielt. Diesmal wollen wir das aber hier nicht so spielen, denn für dieses Achievement müssen wir nicht 3 Effekte in diesen Frost-Stachel reinfüttern, sondern insgesamt 9 von diesen Fragmenten. Die einfachste Möglichkeit, das so zu spielen, ist einfach, dass die Spieler mit den Debuffs nicht mehr rauslaufen, sondern ihr stellt euch einfach als Gruppe komplett zusammen und lasst diese 3 Debuffs im Raid. Nach ein paar Sekunden kommen dann dementsprechend nochmal 3 Debuffs. Die lasst ihr auch im Raid. Wieder ein paar Sekunden später kommen nochmal 3 Debuffs und dann habt ihr insgesamt 9 Debuffs im Raid. Jetzt fangt ihr an, dass die Spieler, die quasi keine Debuffs haben, sich abseits zu stellen oder in einem Extra-Camp und die Spieler, die die Debuffs haben, bleiben quasi im Camp. Und dann wird angefangen zu dispellen und alle Spieler, die dispelled wurden und keinen Debuff mehr haben, laufen quasi raus und gehen in das Camp zu den Spielern ohne Debuff. Und am Ende ist es dann so, dass nur noch 2 Spieler übrig sind, die dann die kompletten Debuffs haben. Dann dispellt ihr einen, der Debuff springt auf den letzten Spieler über und dann habt ihr 9 Debuffs auf einem Spieler. Sobald alle Debuffs quasi auf einem Spieler vereint sind, wird dieser Froststachel ausgelöst und ihr habt auch die Voraussetzung für das Achievement abgeschlossen. Es wird dann auch weiß und dann könnt ihr einfach ganz normal den Boss umhauen. Was ihr ein bisschen beachten solltet, diese Debuffs, die ticken ein bisschen. Wenn jeder einen hat, ist es im Normal kein Stress. Bei 2, 3 ist es auch noch kein Stress, aber wenn dann Leute 4, 5 aufwärts Debuffs haben, dann sollte das relativ schnell mit dem Dispel gehen. Hier macht es Sinn, mit mehr Heilern zu spielen, dass ihr A, mehr Heilung habt und auch vor allem mehr Dispels. Wenn jetzt einer mit 7 Debuffs da 10, 15 Sekunden rumsteht, dann wird er relativ schnell sterben. Vielleicht macht er das dann auch mit ein bisschen defensiveren Leuten, dass der Letzte, der quasi dann die neuen Debuffs carryen muss, dementsprechend auch ein paar Dev-CDs hat, dass er das aushält. Wir haben das zweimal hier probieren müssen. Beim ersten Mal ist uns tatsächlich die Gruppe auseinandergeklappt, weil doch der Schaden höher war als gedacht. Ja, sonst ist es eigentlich nicht sonderlich schwierig. Debuffs auf eine Person bringen und dann dementsprechend gucken, dass ihr halt vorher, wenn ihr erst ein Set von Debuffs habt, dass ihr nicht anfangt zu dispellen, denn wenn ihr das vorher schon auf einen Spieler bringen wollt, dann verschwindet es. Also das ist nicht abhängig von der Anzahl der Debuffs, sondern einfach nur, dass nicht alle Debuffs, die da sind, auf einem Spieler sein dürfen. Also ihr könnt theoretisch einen dispellen und quasi bei dem ersten Set zwei Debuffs auf einem Spieler haben und einen auf dem anderen, macht aber keinen Sinn. Dann habt ihr einfach ein bisschen mehr Schaden, fokussiert auf einen Spieler. Deswegen lasst am besten die kompletten Debuffs erst verteilt und macht die Spellarbeit dann, wenn dementsprechend alle neuen Stacks vorhanden sind. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement-Guide hier. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten noch Fragen da sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!